Bäm, Freunde, da sind wir wieder mit den MMA News am Montagabend. Dana White veröffentlicht wieder aus Versehen ein paar Fights. Kamzacimayev denkt noch nicht ans Karriereende und Conor McGregor. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Darüber werden wir sprechen und noch ein paar weitere Themen nach dem besten Intro auf YouTube. Freunde, schön, dass ihr dran geblieben seid. Wir springen sofort rein, fangen an mit Dana White. Und es ist Zeit, nach der turbulenten letzten Woche, für ein bisschen Schulterklopfen. Und zwar auf seine eigene Schulter. Er sagt, er ist sehr zufrieden, was man in Anbetracht der Umstände auf die Beine gestellt hat. Nachdem jetzt zwei wichtige Fights ausgefallen sind, McGregor und Chandler und Shimaev gegen Whittaker, sei er sehr zufrieden, was man da auf die Beine gestellt hat. Und das, was ich mitbekommen habe, auch von vielen Zuschauern, glaube ich, einige sind natürlich enttäuscht, dass wir jetzt Shimaev und auch McGregor auf deren Comebacks, wenn man so will, man sich jetzt sehr gefreut hat. Man hat dafür aber gerade mit Alex Pereira und Yedipo Kaska natürlich einen legitimen Titelkampf bekommen. Die Card wurde vielleicht grundsätzlich nochmal etwas aufgewertet, weil wir dann noch Diego Lopez mit auf die Card bekommen haben gegen Brian Ortega. Viele, die gesagt haben, das waren durchaus Verbesserungen, die jetzt dort in der Notlage vorangebracht wurden. Dana versucht auch den Fight von Whittaker jetzt ein bisschen zu pushen. Er sagt, Alice Keddov ist einer 15 zu 1 muslimischer Fighter. Für Saudi-Arabien vielleicht auch wichtig, um die Fans noch ein bisschen mehr zu begeistern für die Card. Er hat nur gegen Shimaev verloren und alle haben Nein gesagt zu einem Fight gegen Alice Keddov, außer Whittaker. Ja, ich glaube, damit pusht Dana auch nochmal ein bisschen dieses Narrativ. Wir haben Whittaker, der zu jedem Ja gesagt hat, selbst zu dem einen Mann, zu dem alle anderen Nein gesagt haben. Ich glaube, damit versucht er jetzt diesen Fight einfach auch noch ein Stück weit zu pushen und wichtiger erscheinen zu lassen. Es ist natürlich ein Kampf, der relativ kurzfristig jetzt zusammengesetzt worden ist. Also da an dieser Stelle nochmal Hut ab an alle Beteiligten und auch über Conor McGregor hat er zumindest ein paar Worte gesagt, Dana. Und sein Kommentar war im Endeffekt so ein bisschen, ich gebe keinen Kommentar ab. Er hat gesagt, so läuft es halt manchmal und er wird nicht über die Zukunft sprechen oder was ansteht, wann irgendwas ansteht, bis Conor McGregor zu 100% wieder gesund ist. Ob man da jetzt Frustration, keine Frustration raushören möchte, Dana hat jetzt schlussendlich einfach weitergemacht. Und in diesem Video, wo er über die Ersatzfights gesprochen hat, auch nebenbei aus Versehen, weil das dieser berühmte War Room ist, wo also ich sag mal Kriegsrat gehalten wird von den Oberhäuptlingen der UFC. Und da sind halt ein paar Namen, das ist ja sofort so, dass dann Leute das ein bisschen reinzoomen und dann gucken, welche Namen stehen drauf. Auf Israel Adesanya, Sonja Dong, Jack de la Madalena, da war ich ein bisschen überrascht, hab gedacht, der wäre eigentlich verletzt. Ist vielleicht ein Kampf gegen Nachmo noch doch wieder irgendwie attraktiv. Steve Ersek, Drucker Close, also die Card in Perth füllt sich hier scheinbar ein bisschen. Und der Izzy, der hat es auch gleich mehr oder weniger schon bestätigt, dass er kämpfen wird bei UFC 3-0-5 gegen Drickles Duplessis. Vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem aus Versehen veröffentlichen. Im Zeitalter des Internets, also entweder, die müssen Dana jetzt wirklich verbieten, in diesem Kriegsraum da diese Veröffentlichung zu machen, weil da immer irgendwas hinten dran steht. Auf der anderen Seite sind es häufig auch vielleicht einfach nur Ideen, dass man das plant und da ist noch nicht zwangsläufig was fix. Es sind ja auch keine Staatsgeheimnisse, die da jetzt veröffentlicht werden. Ich glaube auch nicht immer nur an irgendwelche Zufälle, vielleicht nutzt man das manchmal auch aus, um zu schauen, wie reagieren denn schon die Fans auf keine richtige Ankündigung, sondern einfach nur, da steht ein Name, da steht vielleicht noch ein zweiter Name, gab es in der Vergangenheit auch so, dass komplette Fights schon veröffentlicht wurden da oder geleakt wurden. Ob man da vielleicht gucken will, wie kommt es denn bei den Fans an und sehr viel positive Resonanz, okay, dann gehen wir vielleicht weiter voran mit diesem Fight und wollen den wirklich machen oder ich bin jetzt zu misstrauisch. Aber an reine Zufälle, na, fällt es mir häufig ein bisschen schwer zu glauben. 3-0-5 scheint auf jeden Fall was dran zu sein und auch das nicht frei von Kritik von vielen Fans, die sagen, okay, Izzy, schön und gut, ehemaliger Champion, tolle Leistungen abgeliefert, auch nach dieser empfindlichen Niederlage gegen Alex Perra sehr, sehr stark zurückgekommen. Quasi sein Feind, Todsfeind, Erzfeind, rein sportlich. Ich glaube, zwischenmenschlich kommen die so ganz gut miteinander aus, wenn die sich über den Weg laufen. Aber rein sportlich gesehen natürlich sein Nemesis, dass er da so stark zurückgekommen ist. Aber dann gegen, wie habe ich fast gesagt, gegen Bisping, gegen den amerikanischen Bisping, gegen Strickland, den Titel wieder abgegeben. Und jetzt bekommt er direkt wieder eine Chance auf den Titel. Also beim ersten Mal konnte man, glaube ich, vertreten, er hat einige Titelverteidigungen gehabt, dass man da einen direkten Rückkampf macht. Vor allen Dingen war er in diesem Fight ja gut mit dabei, dem ersten MMA-Fight gegen Alex Perra. Ich glaube, nach Punkten lag er sogar vorne. Finde ich, da kann man durchaus einen Rückkampf, einen direkten Rückkampf irgendwie rechtfertigen. Gegen Strickland, da war es schon eindeutiger, was die Punkte angeht. Gut, er wurde nicht gefinisht. Und jetzt bekommt er vor Strickland, der ja in der Zwischenzeit gekämpft und gewonnen hat, selber wieder die Chance. Sportlich verstehe ich die Kritik. Ich verstehe natürlich auch die UFC, dass man sagt, ein fetter Fight. Und ich glaube, was fette Fights angeht, da ist die UFC mittlerweile nicht mehr so pralle bestückt, wie vielleicht noch in der Vergangenheit. Da muss man dann die Eisen schmieden, die man da irgendwo auch im Feuer hat. Und ich spinne jetzt einfach mal rum. Nehmen wir mal an, Izzy verliert den nächsten Fight. Drickus bleibt Champion. Dann ist dieser Fight vielleicht weg. Dann kann man den vielleicht gar nicht mehr machen. Und ich glaube, das möchte sich die UFC nicht entgehen lassen, diesen Kampf zu machen. Weil ich denke auch, dass viele sehr, sehr neugierig sind, wie dieser Fight laufen wird. Also, sportlich gesehen, ja, kann ich die Kritik verstehen, aus Promoter-Sicht aber ebenfalls. Mittlerweile sollten wir uns aber alle darin üben, nicht zu früh uns zu freuen. Denn, wie wir spätestens in den letzten Wochen gelernt haben, kann da wahnsinnig schnell ein richtig dicker Wetterstrich durch die Rechnung gemacht werden. Natürlich sprechen wir auch über Kamsa Chimaev, der ein Statement abgegeben hat. Ein relativ kurzes Statement. Wahrscheinlich ist er auch so ein bisschen ratlos oder einfach, ja, hadert mit vielleicht hier auch seinem Pech, was Verletzung. Oder in diesem Fall soll es ja, wie jetzt sein Manager rausgehauen hat, eine Lebensmittelvergiftung sein. Kann ich jetzt natürlich nicht nachprüfen. Auf Social Media ist immer schnell irgendwas raus. Ob bei McGregor, ob bei Chimaev. Aber wir gucken jetzt immer die Sachen, die vielleicht mehr oder weniger aus erster Hand kommen. Denn Kamsa Chimaev hat gesagt, man hat immer seine eigenen Pläne, aber Gott hat seine eigenen Pläne für uns alle. Versucht da wahrscheinlich jetzt nicht die Hoffnung aufzugeben oder auch in den negativen Sachen noch irgendwo das Gute zu sehen. Sein Manager, Majidi Chamas, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, hat sich geäußert zu Rücktrittsgerüchten, die ja auch im Internet kursierten, wo es hieß, denkt Chimaev jetzt über Rücktritt nach, je nachdem, was das jetzt für eine Verletzung oder was das für eine Erkrankung ist. Dana hat ja so ein bisschen auch dramatisch, als er gesagt hat, er ist brutal krank und wir müssen erst mal abwarten. Also das sah so wirklich aus, okay, nicht, dass er jetzt da mit dem Tode ringt, was wir, denke ich mal, alle nicht hoffen. Eine Lebensmittelvergiftung ist wahrscheinlich auch nicht mit zu spaßen. Da wird es dir elendig gehen. Aber wenn es nur eine Lebensmittelvergiftung war, ist das, glaube ich, eine Sache. Da kommst du dann auch irgendwann drüber hinweg. War vielleicht jetzt hier auch dann einfach wieder das berühmte Pech. Erst hattest du kein Glück, dann kommt auch noch Pech dazu. Sein Manager sagt auf jeden Fall, nein, es gibt keine Pläne, dass wir zurücktreten oder dass Chimaev seine Karriere beendet. Wir wollen dem Problem auf den Grund gehen und die ganze Nummer dann lösen für uns. Also, kam der Chimaev, wird seine Karriere, spreche ich jetzt mal für mich, zum Glück nicht beenden. Aber wenn man sich anguckt, die Aktivität, wie die runtergegangen ist. Ich habe es gerade gesagt, einmal kann vielleicht Pech sein, zweites Mal Pech. Aber ja, wenn es sich dann häuft, also kein Fighter, der, glaube ich, während der Pandemie auch so viel Pech hatte mit abgesagten Fights, dann selber noch an Covid erkrankt, jetzt eigentlich wieder fit genesen, so wollte zurückkommen. Dann die Verletzung im Fight gegen Usman, konnte dann nicht sofort direkt wieder so kämpfen, wie er wollte, jetzt eine Lebensmittelvergiftung. Ich hoffe, dass er so langsam das Pech einfach komplett aufgebraucht hat. Aber gilt mit Sicherheit auch für McGregor. Jetzt ist halt die Frage, wenn jemand längere Zeit nicht aktiv war, und Chimaev war ja jetzt nicht irgendwie drei, vier Jahre nicht aktiv. Aber wenn es dann auch ein bisschen schwierig war, mit beim Fight zu erscheinen, es wird schwierig werden, glaube ich, dann auch passende Gegner zu finden. Nicht, weil man jetzt sagt, oh, ich mache mir Sorgen um den Kampf selber, sondern ich mache mir Sorgen, findet der Kampf überhaupt statt? Also kommen wir überhaupt zum eigentlichen Kampf, bevor ich mir irgendwelche Gedanken über das Skillset meines Gegners machen werde? Ich kann mir vorstellen, dass das bei zukünftigen Vertragsverhandlungen nicht so einfach wird, weil die Gegner, vielleicht eine Zeit lang war das auch bei Paolo Costa so, der hat jetzt ein bisschen die Kurve bekommen, dass man sagt, ja gut, der wird wahrscheinlich eh nicht da erscheinen, da wird es irgendeine Verletzung geben. Da müsste mir jetzt schon gute Gründe geben, warum ich unterschreiben soll. Und der gute Grund ist meistens einfach immer eine Null mehr hinten dran. Dann kann man die Leute vielleicht überzeugen, aber schauen wir mal. Es war wohl angeblich, das ist jetzt die Info, die ich zuletzt gelesen habe, eine Lebensmittelvergiftung. Ich hoffe, dass man diese Nummer dann in den Griff bekommt, weiß, woran hat es gelegen. Ob man jetzt den Gymkoch irgendwie rausschmeißen muss, weil der irgendwie mit altem Fett gekocht hat, ich weiß es ja nicht. Aber wenn es daran lag, hoffe ich, dass man da einfach die Situation unter Kontrolle bekommt, es beim nächsten Mal besser macht und wir dann einen gesunden Kamsatschimayev irgendwann Ende des Jahres, ich würde ihn da in Richtung Abu Dhabi tippen, wieder im Käfig sehen. Damit kommen wir zu Robert Whittaker, der natürlich ein ziemlich großes Risiko jetzt eingeht, indem er relativ kurzfristig einen neuen Gegner akzeptiert hat. Und er ist selber sehr, sehr offen und ehrlich und sagt, von Alice Kerov hat er vorher nicht wirklich viel gehört, beziehungsweise gesehen. Er hat sich intensiv auf Shimaev vorbereitet. Er hatte einen Gameplan, der halt auf diesen Gegnertyp genau ausgelegt war. Und jetzt bekommt er mit Alice Kerov einen Mann, der natürlich auch Grappling-lastig kämpfen kann. Ebenfalls auch nicht ungefährlich im Stand ist. Also von da gibt es durchaus ein paar Parallelen zu Shimaev. Aber natürlich nicht eins zu eins derselbe Fighter ist und irgendwo andere Stärken, andere Schwächen hat und einfach auch einen anderen Kampfsiel hat. Vielleicht nicht ganz so ein hohes Tempo, hohes Risiko, gerade am Anfang, wie Shimaev geht. Und Whittaker muss sich da jetzt ein Stück weit umstellen. Er hat einen Fight angenommen, wo er selber sagt, ja natürlich, ich hatte nicht viele Infos, aber manchmal muss man Risiken eingehen, weil er glaubt, man wird belohnt und es öffnen sich Türen. Aber nur, wenn man gewinnt, wenn man kämpft. Wenn man das nicht macht und einfach nur abwartet und rumsitzt, gerade natürlich in einer sehr vollen Division wie dem Mittelgewicht, dann kannst du halt schon mal übergangen werden. Ob die Situation eine andere wäre, wenn er vielleicht auch den Fight gegen Drickers nicht verloren hätte und weiterhin irgendwo in Pole Position wäre oder schon um den Titel kämpfen könnte, egal, wir können ja nicht in diese Parallelwelt reinschauen. Whittaker muss ich da nochmal unterstreichen, Hut ab. Da einfach zu jedem Gegner im Endeffekt zu sagen, okay, ich nehme den Fight an. Ob das klug war, wird man schlussendlich dann erfahren, wenn er kämpft und ob er gewinnt oder verliert. Was ich jetzt interessant finde ist, die UFC hat ja scheinbar ein paar Leute angesprochen, die wohl Nein gesagt haben sollen. Wobei, bei aller Fairness muss man auch sagen, das ist jetzt kein offizieller Account von der UFC. Wo die gesagt haben, ja, wir haben Strickland und Usman angesprochen. Aber kaum ist jetzt irgendwie so ein Fight in trockenen Tüchern. Weil hier sehen wir, Ali Abdelaziz sagt, Usman hat zu 100% Ja gesagt. Bo Nickel sagt, ja, ich hätte ebenfalls zugesagt. Hätte, hätte, hätte Fahrrad geht. Er sagt, ich hatte keinen Empfang, ich war zufällig in den Bergen. Also das ist dann immer so eine Sache. Ich will keinem von beiden unterstellen, dass sie jetzt irgendwie hier lügen würden, beziehungsweise bei Usman ja eher indirekt, weil sie ja nur seinen Manager geäußert hat. Aber vom Timing ist das für mich immer so, weiß ich nicht. Ich freue mich in der Schule. Keiner meldet sich, alle warten ab. Irgendwann meldet sich einer, red meinetwegen oder haut zufällig die richtige Antwort raus. Ja, und dann kommen alle, ja, da wollte ich auch gerade sagen. Ich wollte gerade, war mein Arm auch nach oben, aber dann haben sie den drangenommen und ja, shit. Aber ich wollte genau das Gleiche sagen. Ich sage nicht, dass das jetzt hier so ist. Ich sage nur, was das vielleicht ein bisschen für einen Eindruck erweckt, dass jetzt, wo dieser Fight halt fix oder vergeben ist, alle die Hand heben und ja, ich wollte auch. Ja, aber schade, ich bin jetzt zu spät dran. Bo Nickel, der zumindest so ehrlich ist und sagt, Saudi-Arabien hat ihn jetzt nicht gereizt, einfach weil es sehr, sehr weit weg ist. Aber die UFC, die habe wohl... haben wohl ein gutes Angebot gemacht. Er sagt, ich kann hier keine Nummern angeben, aber die waren schon weit oben. Wo ich mir jetzt auch die Frage stelle, wenn er zu spät war und erst reagiert hat, als der Fight quasi schon vergeben war, warum die UFC ihm noch irgendein Angebot hätte machen sollen. Also woher er da irgendwelche Zahlen hat. Aber gut, belassen wir es dabei. Bo Nickel sagt auch, spricht über Schimalf und sagt, der hat ein bisschen jetzt seine Aura verloren. Er glaubt auch nicht, dass er irgendwie im Übertraining ist. Er glaubt, dass er zu viel Party macht. Und auch hier sagt er, ich habe einfach nur... Er sagt, was soll es sonst sein? Er habe Gerüchte gehört von Schimaev und Darren Till, die ziemlich wild sind. Und dabei belässt er das dann mehr oder weniger. Das ist natürlich... Also wenn man dann schon solche Gerüchte irgendwo streut... Ja, es ist gut, wenn man vielleicht wirklich auch eine Quelle hat, die irgendwo sehr glaubwürdig ist. Ich meine, vielleicht hat er die. Er nennt die allerdings zumindest nicht. Vielleicht ist es auch nur die Art von Bo Nickel, da jetzt ein bisschen Trash-Talk zu machen. Aber ja, für mich hinterlässt das halt so einen gewissen Nachgeschmack. Ich war nicht erreichbar, ich war in den Bergen, hatte keinen Handyempfang, komme ich zurück. Ja, ich wollte eigentlich kämpfen, aber der Fight war schon weg. Aber der UFC hat mir trotzdem noch ein gutes Angebot gemacht. Und Schimaev, ja, der trainiert nicht zu viel, sondern der macht nur zu viel Party, ohne dass man irgendwie eine Diagnose kennt oder weiß, welche Verletzung hatte er. Aber gut, Bo Nickel, vielleicht halten wir ihm zugute. Will er ja einfach nur ein bisschen Trash-Talk machen. Er hat ja, glaube ich, auch in einem Podcast mal gesagt, dass er sich Chancen ausrechnet, gegen einen Schimpansen zu kämpfen. Auch eine wilde Annahme, wie ich meine. Aber ich will jetzt auch nicht auf ihn mehr rumhacken. Die Aussagen hier, ja, die sehe ich so ein bisschen kritisch. Aber sei es drum. Was Usman betrifft, der hat vielleicht bald schon einen anderen Gegner am Start. Nicht im Mittelgewicht, sondern im Wältergewicht. Denn Michael Benham Page hat seine Augen, sein Augenmerk auf ihn gerichtet. Er muss natürlich erstmal an Ian Gary vorbei. Da sagt er, sieben ist sein Ranking. Sieben sei seine Glückszahl. Deswegen musste er den Fight annehmen. Auch eine interessante Strategie, um Kämpfe auszuwählen. Und er sagt, das kann jetzt ganz schnell gehen. Gewinne ich diesen Fight, komme ich in die Top 5. Vielleicht noch ein Fight Ende des Jahres gegen Kamaru Usman. Und dann Titelkampf im März. Also der hat hier auch schon seinen Plan komplett zurechtgelegt. Habe ich an anderen Stellen schon gesagt. Immer wenn Fighter quasi schon zum nächsten und übernächsten Fight schauen. Schwierig. Sollte nicht das Ziel vor Augen verlieren, was man als nächstes erstmal vor der Brust hat. Und das ist ja hier Ian Gary. Aber MVP wird schon wissen, was er macht. Dafür ist er ja lang genug im Geschäft. Bei Usman hoffe ich, dass er bald wieder aktiv ist. Denn alterstechnisch glaube ich, dass er jetzt auch nicht so ein halbes Jahr, ein Jahr immer wieder warten sollte, um zu kämpfen und uns allen zu zeigen, dass der Tiger noch im Tank steckt und er immer noch einiges geben kann. Egal in welcher Gewichtsklasse. Ob Weltergewicht, wo er immer noch auf Platz 1 steht in der Rangliste. Oder Mittelgewicht, wo er ja gegen Schimaev kurzfristig eingesprungen ist. Also ich freue mich, wenn wir ihn bald wieder sehen werden. Vielleicht ja auch gegen Bo Nickel oder gegen Venom Page. Möglichkeiten gibt es für Usman, glaube ich, wie Sand am Meer. Natürlich sprechen wir auch über Conor McGregor, der sich ja jetzt das erste Mal, oder da bin ich jetzt ein bisschen spät dran, das war am 15. Juni, heute ist der 17. Aber Wochenende habe ich auch so ein bisschen, unter anderem wegen der EM, eine kleine MMA-Pause gemacht. Deswegen auch, zu meiner Schande muss ich es gestehen, keine Fight Night geguckt. Aber das nur am Rande. McGregor hat ein Statement rausgehauen. Und er sagt, es war eine schwere Entscheidung, dass er jetzt nicht antreten wollte, konnte, sollte, durfte. Aber da versuche ich es relativ kurz zusammenzufassen. Nicht leicht gefallen die Entscheidung. Und er will bei 100% sein. Das verdienen seine Gegner, das verdienen seine Fans. Ganz vielen Dank für den Support. Er ist guter Hoffnung und zuversichtlich, dass er bald wieder zurück sein wird. Soweit erst mal das Statement von Conor McGregor. Jetzt natürlich, er hat am Vatertag ein Bild gepostet. Haarschnitt ist geil. Mit, ich glaube, Socken an. Und dann wurde schon spekuliert, oh, da sieht man aber gar keine Verletzungen. Bisping hat ja rausgehauen, dass er gehört hat, es sei wohl wieder das Bein, was er sich auch gegen Poirier verletzt hat. Von Thrombose einiges gehört oder anderen Sachen. Aber auch hier nichts zu 100% bestätigt ist. Nicht ein Bild von Conor McGregor mit irgendwie Röntgenaufnahmen und hier, guck mal, irgendwie wieder ein Haarriss in Titanschienbeinen oder andere Sachen. Auch hier schwer zu sagen, was es jetzt ist. Strategisch kann ich mir vorstellen, wäre ich jetzt irgendwie im Trainerteam, da im Stab von Conor McGregor, dass man vielleicht nicht unbedingt seinem Gegner auf die Nase binden möchte, um welche Verletzungen es sich handelt. Weil man weiß ja nicht, wann kehrt er denn jetzt zurück? Wann wird dieser Fight neu angesetzt? Die UFC hat scheinbar aktuell so ein bisschen Probleme mit dem Terminplan. Das, was ich gerüchteweise im Internet gefunden habe, ist, dass man diesen Fight nicht für das Sphere-Event in Las Vegas machen möchte. Perth ist zu nah dran, auch keine Option. Danach die Fights sind mehr oder weniger vergeben. Vielleicht schiebt man quasi ein Event irgendwo dazwischen. Man weicht komplett aufs Ende des Jahres aus. Das wäre dann wieder ein halbes Jahr vielleicht weitere Inaktivität, natürlich für beide, für Conor und für Chandler. Also kein ideales Szenario. Es gibt aber auch andere Stimmen. Es gibt auch andere Stimmen, unter anderem hier Henry Sucudo und, da sind wir nochmal bei Kamau Roosman, die dem Ganzen auch was Positives abgewinnen können. Und Henry hat quasi den Einstieg genannt und er sagt, er glaubt, dass das eine gute Sache sein kann, weil man daran erkennt, dass vielleicht McGregor wirklich dieses Comeback jetzt ernst nimmt. Dass er weiß, okay, das ist meine letzte Chance und da will ich zumindest bei 100% sein, keine halben Sachen machen. Dass das jetzt vielleicht auch nochmal so ein kleiner Hieb gegen sein eigenes Ego war, dass er jetzt auch mal aus einem Fight verletzungsbedingt rausziehen musste und dass ihn das vielleicht nochmal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen holt und einfach den Fokus erhöht und er das ernster nimmt. Auch Roosman bestätigt das dann beziehungsweise stimmt ihm zu und sagt, ja, das kann eine gute Sache sein, dass er da einfach sich noch ein bisschen besser vorbereiten kann, die Sache ernster nimmt und ja einfach bei 100% antritt. Wenn ein Fighter verletzt ist, ich hab's ja in der Vergangenheit, ich will's ja nicht beschreien, aber in der Vergangenheit schon nicht nur bei Conor, auch bei anderen Fightern gesagt, Izzy hat's ja auch immer gesagt, wir treten an, mehr oder weniger egal was ist. McGregor ist da immer sehr stolz drauf gewesen. Das ist, ich will nicht sagen falscher Stolz, aber sehr gefährlicher Stolz, weil dich das natürlich in eine Position bringt, wo du in Zukunft fast gar keine Fights mehr absagen kannst, ohne dann natürlich massiv Hohn und Spott dafür zu ernten. Und da stelle ich mir natürlich auch die Frage, warum? Wenn's jetzt eine Kleinigkeit ist, und hier auch, wissen wir es ja nicht, ob's jetzt wirklich eine Thrombose, zwei gebrochene Zehen, man hat mehrere Versionen jetzt schon gehört, aber wenn's eine Verletzung ist, wo die Ärzte auch sagen, wir raten dir ab und du wirst nicht bei 60, 70% sein, warum kämpfen? Warum dann kämpfen? Wenn's eine Prellung ist, wo man jetzt sagt, okay, du verpasst vielleicht ein paar Tage Training oder je nachdem, wo die Prellung halt ist, eine Rippenprellung oder so, du verpasst ein bisschen Training, okay, dann kann man vielleicht dann das hin und her abbiegen, aber wenn's wirklich eine ernsthafte Verletzung ist, warum kämpfen? Das ist dann für mich in dem Fall, wäre dann falscher Stolz und jetzt steht erstmal in den Sternen, wann er überhaupt zurückkommt. Wir wissen nicht, wir kennen nicht das genaue Ausmaß der Verletzung, Dana hält sich sehr bedeckt, Connor hat jetzt noch kein Datum genannt, ob's jetzt das schon von einigen herbeigesprochene Karriereende ist, einige haben gesagt, ja, das war's jetzt, auf Conor McGregor wird auch kein Verlass mehr sein in Zukunft, Jale Sonnen hat's schon vorher gesagt, wenn dieser Fight nicht stattfinden wird, ist es gleichzusetzen mit dem Karriereende von McGregor, so voreilig wäre ich nicht, aber ich denke, der Druck steigt jetzt auch, wenn er vielleicht beim nächsten Mal wieder nicht 100% fit ist, irgendwas hat, entweder dann zu sagen, okay, scheiß drauf, ich hab keine andere Wahl, ich muss jetzt kämpfen, auch wenn ich nur bei 70, 80% bin, ja, oder ich zieh wieder raus und, ja, dann gibt's noch eine Spottlawine und irgendwann verliert vielleicht auch der letzte Fan den Glauben, dass Conor McGregor jemals wieder zurückkehren wird als aktiver Fighter in der UFC. Was sagt eigentlich Michael Chandler dazu? Der hat wahrscheinlich mit die erwachsenste Reaktion von so gut wie allen Leuten, die darauf irgendwie reagiert haben, er sagt einfach nur, ja, ich bin nicht nachtragend, also ich übersetze jetzt einfach mal sinngemäß, werd einfach wieder gesund und wir sehen uns bald. Noch einen zweiten Post gemacht, wo er gesagt hat, ich bin hier, so wie seit jedem Jahr in meiner Karriere, seit ich begonnen habe, professionell MMA zu kämpfen, ich bin einfach der zuverlässigste Mann und, ja, er sagt, das war immer der Fight mit dem größten Risiko, den hab ich mir ausgesucht und für Chandler natürlich bitter, weil es für ihn ja jetzt kein, ich sitze auf der Ersatzbank ist, weil Verletzungen, weil irgendwie höhere Kräfte, die ich nicht beeinflussen kann, sondern im Endeffekt eigene Entscheidung, weil er ja diesen Fight unbedingt haben möchte. DC hat jetzt nochmal nachgelegt und sagt, Chandler sollte drüber nachdenken, wie weit er wirklich, ob Reste von seiner Prime, das klingt jetzt so, als ob Chandler schon mit einem Bein im Altersheim wäre, aber mit, ich glaube, 37, bist du mit Sicherheit nicht mehr das jüngste Rebenwald, ob er da weiter warten sollte, ins Ungewisse, weil sich bei ihm die Zeit der Inaktivität natürlich auch anhäuft. Einmal kann es eine finanzielle Frage sein, dann ist es natürlich eine Frage auch, von Rhythmus, du wirst selten in irgendwas besser, wenn du es nicht auch machst, wenn wir jetzt kämpfen in dem Fall, ob er da wirklich Teile seiner Karriere einfach nur warten möchte auf einen Fight, der eventuell ja nie kommt. Wenn er jetzt fest daran glaubt, okay, der Fight kommt dann halt, ich sage jetzt einfach mal, im Dezember. Und im Dezember fällt er wieder raus. Also wann setzt sich Chandler diese Deadline, wo er sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter? Oder macht er das überhaupt? Kann McGregor den Fight jetzt noch zwei, drei Mal verschieben und Chandler sagt, ja gut, alles klar, dann halt mit 40. DC rät ihm davon, jetzt abzusehen, weil Chandler hat ja scheinbar auch noch Ziele. Er spricht ja auch immer noch davon, dass er einen Titelkampf möchte. Und gerade aktuell im Leichtgewicht, ich glaube, dass die Zukunft von Islam, das ist nur meine persönliche Meinung, man hört noch andere Sachen, Belal sagt, der ist topfit, der kann noch ein paar Jahre weiterkämpfen, aber ich habe das Gefühl, wir werden nicht mehr so viele Fights mit Islam Magachev sehen. Und wenn Islam als nach Khabib weiterer sehr dominanter Champion dann rausfällt aus dem Titelbild, ich will nicht sagen, der Gürtel ist dann da, um einfach nur geschnappt zu werden, aber die Hürde ist vielleicht nicht so hoch, den Titel zu erlangen, wie wenn du also einen sehr, sehr dominanten Champion hast, der da fest im Sattel sitzt. Und ja, einige werden dann sagen, ja gut, Paper Champ und dies, aber gut, dann ist so, wenn einer die Karriere beendet, ich glaube, das wird den Fightern, die danach den Gürtel holen, relativ wurscht sein. Ob dann einige sagen, ja Paper Champ hin oder her, sagt, das ist der rechtmäßige Titel, der hat seine Karriere beendet, ist halt so. Und wenn Chandler diese Ziele hat, muss er irgendwann von diesem Fight Abstand nehmen. Vielleicht wartet er jetzt noch einmal, weil bis hierhin war es ja auch so, dann war nicht klar, ist Conor McGregor wieder im Testprogramm drin und kann der überhaupt, will der überhaupt irgendwann wieder kämpfen. Jetzt war ja zumindest schon alles unter Dach und Fach, alles unterschrieben, jetzt kam noch eine Verletzung dazwischen. Aber ich habe das, glaube ich, schon mal vor einem Jahr gesagt, ich würde mir eine feste Deadline setzen an Chandlers Stelle. Auch mit der UFC absprechen und sagen, pass mal auf, ich warte jetzt noch maximal bis Dezember. Wenn der Fight dann aber nicht kommt, mir auch egal, ob ihr mir den dann für Januar anbietet und für doppelte Kohle, dann bin ich raus aus der Nummer. Dann gib mir einen anderen Fight in dieser Gewichtsklasse, dann will ich den Kampf einfach nur hinter mir lassen. Das ist wieder eine Fede, von der ich nicht weiß, wer die braucht. Jetzt kann man sagen, im Zweifel beide, weil die halt auch mit Klickzahlen ihr Geld verdienen, aber Michael Bisping und Ariel Helwani. Bisping hat so seine Herangehensweise hier, er kritisiert Ariel ein bisschen für dieses, ich bin der Erste, ich habe die Breaking News rausgehauen in Bezug auf Conor McGregor und Michael Chandler und er sagt am Ende des Tages, wen interessiert das? Also, das ist eigentlich nicht deine Angelegenheit, also halt doch einfach deine Nase da raus. Also, sein großes Problem scheint da zu sein, dass Ariel da einfach häufig wohl im Trüben fischt und einfach auf die emotionale Schiene kommt und ja, darauf steht Bisping nicht und er sagt, ja, wir wissen, du stehst drauf, als Erster die Nachrichten rauszuhauen, aber der Rest der Welt gibt da halt keinen Rattenscheiß drum, ob du jetzt der Erste warst oder irgendein anderer. So, darauf antwortet jetzt natürlich auch Ariel Helwani und er bezeichnet Bisping jetzt nur noch als den Popolecker Bisping, habe ich das jetzt relativ jugendfreundlich ausgedrückt, weil er sagt, er kritisiert mich jetzt oder ich soll meine Nase raushalten, aber das ist genau mein Business, das ist mein Zeug, das ist dieser Journalismus, den ich halt betreibe, Nachforschung zu betreiben und er sagt, mir ist schon klar, dass Bisping das nicht macht, der bezeichnet sich selber nicht als seriösen Journalisten, weil er halt Kommentator von Slapfighting ist, also ein ordentlicher Seitenhieb und dass er halt der UFC einfach nur den Hintern, die Stiefel lecken würde und deswegen sich jetzt auch auf Ariel Helwani eingeschossen hat, weil er weiß, das wird wahrscheinlich Dana White sehr gefallen und ja, er wird ihn nur noch jetzt als Boot, Licker, Bisping, ach, Boot, ich habe im Kopf jetzt den ganzen Tag gelesen, Booty Licker, also dann Booty von Hintern, aber Boot dann nur Stiefel lecker, aber ich habe es glaube ich vorhin auch irgendwann richtig übersetzt, also da tut es mir leid, wollte ich jetzt Bisping nicht schlimmer beleidigen, als das Ariel Helwani gemacht hat, wobei war es schlimmer, den Hintern lecken oder die Stiefel lecken, glaube ich beides jetzt nicht, ganz oben in der, auf der Alpha-Skala, was man machen sollte, aber das ist wieder jetzt so ein, ich sage mal ein Streitpunkt zwischen zwei Leuten, die jetzt natürlich auch irgendwo ihr Geld damit verdienen, über die MMA-Welt zu sprechen, ich glaube auch Bisping ist hier mehr auf der Podcast-Schiene und natürlich hat er seinen Job bei der UFC, da wird er nicht in allen Belangen komplett frei sprechen können, Ariel Helwani glaube ich schon, das hat für sich ein bisschen mehr den Anspruch, der sucht die Quellen und der will irgendwo seine V-Männer im Hintergrund haben, die dem da Infos zuspielen, ich glaube Bisping ist einfach, der hat eine Idee, macht ein Video und bespricht das dann einfach mit Anthony Smith, also der braucht jetzt keine wirklich glaubwürdige Quelle, der kennzeichnet das auch immer so, ich denke, Fighter A sollte gegen B kämpfen und Ariel hat da schon eine etwas andere Herangehensweise, natürlich hat Helwani auch immer das Recht, sich zu verteidigen, wenn er jetzt kritisiert wird, wie hier von Michael Bisping, ob man sich dann immer auf dieses Niveau runterschaukeln muss, dass jeder dem anderen noch ein Seitenhieb verpasst und man sich beleidigt, weiß ich nicht, im Endeffekt ist es natürlich für uns Zuschauer gut, wenn wir jemanden haben, der diese Breaking News irgendwo raushaut, aber ich glaube schon, dass das bei einigen da wirklich dieses Wettrennen ist, mit wer haut es als Erster raus und der Erste, der hat dann eine Million Aufrufe, der Zweite schon nur noch 800.000 und da will man immer derjenige sein, der Nummer Uno ist, ja, sei es drum. Wenn man, glaube ich, diese Art von Journalismus macht, ist das auch mit sehr, sehr viel Stress und Hektik verbunden und dann sollte man seinen Schlafrhythmus daran anpassen, dass das Handy einen jederzeit wecken kann, wenn irgendwo eine Breaking News lauert. Damit springen wir rein ins Blitzlicht und gehen erstmal nach Saudi-Arabien. Turki Al-Alchik, weiß ich auch hier nicht, ob ich es richtig ausspreche, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liegen sollte, hat angekündigt, dass er einige große Promoter, Box-Promoter, wie Matchroom Boxing, Golden Boy Promotions, Queensberry Promotions, alle unter einen Hut bringen möchte, da wird von irgendwie einem Kapitalballon von 5 Milliarden gesprochen, damit das so eine Nummer werden kann, wie die UFC. Das ist ja, und Dana hat ja auch schon gesagt, ja, er kann sich vorstellen, da auch mit einzusteigen, denn wenn es jemand schaffen würde, das Ganze unter einen Hut zu bringen, dann wahrscheinlich die Saudis, sagt er hier, und ja, das würde sich so ein bisschen entfernen von dem, was Boxen geschaffen hat in den letzten Jahren, mit diesem Ali-Act, der den Fightern deutlich mehr Power gibt, als dem Promoter, da auch zu entscheiden, bei der UFC ist es ja anders, die UFC hat quasi alle unter Vertrag, obwohl alle irgendwie auch Freelancer, also Selbstständige, sage ich mal, sind, macht die Fights, da läuft es deutlich einfacher, da flutscht es häufig sehr, sehr gut im Vergleich zur Boxwelt, wo sich viele, auch wegen dem Kampfrekord, so ein bisschen aus dem Weg gehen, das ist bei der UFC anders, 5 Milliarden klingt erstmal viel, wobei bei so vielen Promotern und so viel Geld, wie immer noch beim Boxen verdient werden kann, weiß ich gar nicht, ob das wirklich ausreichen würde, aber wäre eine spannende Idee, im Endeffekt müssen natürlich auch die Fighter damit an Bord sein und anverstanden sein, denn irgendwelche Regeln, gerade in den USA, die werden damit ja nicht komplett außer Kraft gesetzt, außer man sagt natürlich, okay, wir machen es hier nur noch in Saudi-Arabien, dann spielt er einfach hier nach unseren Regeln, also man darf gespannt sein, was da noch an Geld investiert wird und ob dann wirklich Saudi-Arabien so ein bisschen die Box, der Box Hauptstandort der Welt sein wird. Dustin Borey konnte sich nicht verkneifen zum Vatertag und ich feiere hier seinen Humor, er hat hier Conor McGregor und Michael Chandler auf dem Schoß, sei es ihm auch mal gegönnt, so den ein oder anderen Seiten ihm rauszauen, der hat ja gerade in Bezug auf Conor McGregor, wenn wir uns noch an die Pressekonferenzen, gerade vielleicht noch vor dem ersten Aufeinandertreffen erinnern, da ist er wirklich unter die Haut von Dustin gekommen und das hat man dann vielleicht auch im Fight gesehen. Borey schießt jetzt hier ein bisschen zurück, der hat ja auch zurückgeschossen, als McGregor gesagt hat, 500.000 Pay-Per-View Buys, also die Käufe, die getätigt wurden bei, was war es, UFC 302 von Borey gegen Makachev, hat Conor McGregor als gar nichts Burger bezeichnet, also als Mahlzeit, als nix, einen kleinen Snack und Dustin hat jetzt natürlich als Conor nicht kämpfen konnte, direkt nachgeschoben, um einfach nur mit dem Hashtag Nothing Burger, genauso wie RDA, der hat acht Jahre auf dieses Comeback gewartet, also auch auf Jeremy Stephens habe ich jetzt eigentlich noch gelauert, dass der irgendwie sich einschalten wird, aber RDA und da vielleicht kurz zum Hintergrund davon, da sollte ja Conor gegen RDA kämpfen, dann ist Diaz eingesprungen, RDA hatte sich den Fuß gebrochen und Conor McGregor hat sich dann auf der Pressekonferenz ein bisschen drüber ausgelassen und gesagt, ja ich habe das Foto gesehen, das ist einfach wie eine Prellung, pack ein bisschen Eis drauf, nimm eine Ibuprofen und dann geht es weiter und ja, RDA gibt diesen Tipp jetzt acht Jahre später zurück und sagt, ist einfach nur, ist eine Prellung, nimm nur ein bisschen Ibuprofen. Was ich am Anfang meinte, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, klar, dass jetzt viele versuchen, auch Richtung McGregor zu schießen, wenn er das glaube ich aus meiner Sicht falsch verarbeitet, dann ist er da jetzt erzürnt oder sauer oder wird irgendwie wütend. Das, was ich eher glaube und was ich da ihm auch als, wenn ich dürfte, als Ratschlag geben würde, ist, das mehr als Antrieb zu nutzen. So, wieder nach dem Motto, okay, alle gegen mich, alles klar, liefert mir eure Sprüche, ihr werdet sehen, wie ich abliefere, das einfach so ein bisschen als Treibstoff zu nehmen für sein Comeback, um vielleicht noch besser abzuliefern. Chelsea Zon hat geboxt gegen Anderson Silva, relativ unspektakulär, ich habe da aber auch nur ein paar Highlights gesehen, Highlights in Anführungsstrichen, weil ich glaube, es gab auch eine Vereinbarung im Vertrag, dass Knockouts nicht erlaubt waren und ja, so sah es auch aus, ein besserer Sparringskampf und Chelsea Zon hat jetzt nochmal nachgelegt gegen Corey Masvidal und sagt, ja, gegen den Dummkopf würde ich gerne kämpfen, weil ja, der haut Sachen raus, der sagt zum Beispiel, selbst mit einer Hand hinterm Rücken verbunden würde ich gegen den gewinnen und Chelsea Zon sagt, ja, super, mach, nimm das gerne in dem Vertrag auf, ich habe es nicht gefordert, aber wenn du es anbietest, dann, dass Masvidal ihm 10 Millionen geboten hat, sagt, der habe ich auch nicht verlangt, aber wenn du es anbietest, schreib das bitte alles in den Vertrag, ich bin einer, mit dem soll es sich bei sowas nicht anlegen, natürlich gehe ich mal davon aus nicht in den Vertrag reingeschrieben, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die beiden, nachdem jetzt erstmal Masvidal gegen Diaz boxen wird, durchaus sich zu einem Tango im Boxring treffen werden und machen wir uns nichts vor, einfach nur ein bisschen Kohle zusammen verdienen wollen. Zum Schluss, eine sehr interessante Hommage an sich selbst von Elia Topodia, langer Text, habe ich erst gesagt, okay, wem hat er jetzt hier gedankt, einem Trainer, Teamkollegen, dem lieben Gott, nee, er sagt, er dankt sich selber und er sagt, lang lebe der Matador in mir drin, denn er sagt, immer die Entscheidungen, die ich getroffen habe, die Zeit, die ich für mich investiert habe, den Respekt, den ich mir selbst erwiesen habe, die Liebe, das ich mir selbst vergeben habe, ich möchte an dieser Stelle einfach mal mir persönlich danken. Ja, bescheiden klingt das jetzt nicht, aber voller Selbstbewusstsein, Elia Topodia sehr überzeugt von sich und dankt sich einfach mal selbst. Und damit will ich mich für heute von euch verabschieden, wie immer danke ich euch sehr fürs Einschalten, passt auf euch auf, bis demnächst, und let's fight! Das ist es!